Mein Name ist Martina Brosthaus und ich bin seit über 30 Jahren in Haltern selbstständig. Seit neun Jahren sind wir hier auf der Mühlenstraße und fühlen uns hier sehr wohl. Wir führen Bastelartikel, dann alles ums Dekorieren fürs Haus, für den Garten und Geschenkartikel. Wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Uhrensystem, wo man sich die Uhren so jeden Tag selbst zusammenstellen kann, farblich passend zur Kleidung. Das gleiche haben wir auch für Ringe und für Armbänder. Dann haben wir ein großes Ledertaschen- und Taschensortiment. Die Qualität muss stimmen, der Preis muss stimmen und wir beraten die Kunden auch gerne sehr individuell. Wir sind hier ein festes Team. Wir arbeiten schon teilweise über 20 Jahre zusammen und haben immer eine Auszubildende. Unsere Auszubildende kümmert sich um Schmuck. Also wenn hier Kunden kommen, die so passend zur Kleidung was gefertigt haben möchten, dann macht das meistens unsere Auszubildende. Wir fertigen sowieso sehr viel selbst. Also Floristik fertigen wir auch selbst, machen auch schon mal Kundenaufträge, aber eigentlich geben wir gerne Anregungen, wie die Kunden selber arbeiten können. Passend zur Jahreszeit oder passend zum Anders. Ich könnte nicht zu Hause sitzen oder so irgendwo im Büro für mich arbeiten. Ich liebe das wirklich mit Kunden. Wir haben auch sehr viel Stammkundschaft, die also immer wieder kommen und sich immer von uns beraten lassen. Bei dem, was wir verkaufen, bin ich auch überzeugt. Und wir haben auch so in den 31 Jahren den einen oder anderen Trend auch schon mal links liegen gelassen. Aber wir bemühen uns schon, der Puls der Zeit zu sein, natürlich. Aber nicht um jeden Preis, nein. Aber nicht um jeden Preis, nein.